Die Eurosolid und die Stuttgarter Versichung stecken tief in Problemen, aber die Probleme sind auch die Probleme der Anleger, die ihr Geld verlieren, wenn sie nichts tun. Wollen Sie wissen, wie Sie zu Ihrem Geld kommen? Dann schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Bericht dazu. Die Eurosolid und die Stuttgarter Versicherung Anleger konnten sich daran beteiligen, vermittelt und finanziert wurde das Ganze über die Stuttgarter Versicherung. Das stellt sich nun als großes Problem heraus. Das Landgericht in Stuttgart hat inzwischen Urteile ausgesprochen, wo die Stuttgarter Lebensversicherung Aufhaftung in Anspruch genommen wird. Das ist eine Zukunftsübertragung der Rechte an den Solaranlagen, an den Photovoltaikanlagen. Also es gibt eine Möglichkeit, wie wir da weiterkommen. Die Probleme lassen sich also lösen, das ist das Wichtige. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie Ihr Problem lösen können, rufen Sie an unter 030-885-970 oder füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie unten auf der Seite, wenn Sie eine kostenlose Einschätzung Ihres Fahres. Das ist ein Wichtigeres Fahres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017